Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile und hinter mir kommt auch gleich einer mit dem gleichen Köche Gut, ich habe ein bisschen Magic Feind gemacht und habe dabei ein bisschen gelevelt Jetzt finden wir Level 29 und machen 237,9 Schaden mal 3, wenn wir 3 treffen Gut, und das 99% ist fast Level 30 Der hat irgendwie so einen komischen Stab Ich weiß jetzt nicht, ich kenne ihn aber den Namen nicht So, wir haben jetzt alles hier MF Sachen an Okay, hier nicht, hier haben wir wieder MF Hier oben die Rüstung, ich habe noch keine Rüstung gefunden mit MF Und hier habe ich dann den Power Ring wieder reingemacht, weil ich Mana Probleme habe Aber das können wir im nächsten paar Levels hier drüben dann machen Ich denke, ich werde Mana Leach nehmen Ich könnte, ähm, hier oben gibt es kein Mana Hier unten nehmen, aber das ist unkill, das ist nicht so gut Und hier ist zu weit unten Hier drüben gibt es auch kein Mana Nö Also, dann gehe ich dort drüben hin Weil wir brauchen unbedingt Mana Und gehe dann später hier runter Da würde ich als nächstes hin Hier, weiß ich nicht, Pierce of Change of Projektil, Piercing Ähm, naja, muss ich wahrscheinlich nachher noch machen Bevor wir dann hier hingehen Zu Fingerfrost und Influenz Aber alles mit nacheinander So, wir gehen in die Pyramide Und haben dann gleich ein Level Up Yay So Da nach drüben So Und schnell abhauen, damit die uns nicht treffen Der Ash Prophet kann auch sterben Und der andere haut ab Da kommt noch einer Oh, zu wenig Mana Gut, was haben wir hier so? Den Trunk nehme ich mit Gut So, ich möchte gerne den Trunk hier vorne nehmen Dafür die hinten Schauen wir mal Ja Ne, zu wenig Spell Damage Auch nichts Gutes Hm Also geht schon richtig ab Schaut Bam, bam Ab was abgeht Ist der Burning Shot Ja, okay Noch nicht ganz so stark Er war stärker mit Den normalen Items Ab weil ich gerade Magic Feind Anhabe ist Der Damage hat Schon ein bisschen runter Aber nun gut Wir haben One-Hitten Fast die hinten Gegner Also bitte Sollten auch nicht viel stärker sein Sind wir viel zu OP Ein Gold-Amulett Okay, nehme ich mit Zwar weiss ich nicht gerade Welches Amulett dann rauskommt Aber Ja, wenn wir es dann OP OF CHANGEN Wird sich irgendwas lohnen So, dele Da war noch einer Gut Versiegt Das ist nichts gewesen Oh, heute kommt wieder sein Ähm Regnum Tag Das ist gut Dass ich jetzt gerade Puff of Exo spielen kann Ein bisschen Rein in den Dark zu kommen Und Ähm Ja Dass ich ein bisschen Motiviert bin Weil Ja Regnum ist schon ein bisschen Demotiviert Man Demotivierend Manchmal Aber Ja Ich mache es gerne Ich mache alles gerne Was mit Let's Play Zu tun hat Und deshalb Das ist schon in Ordnung Aber es ist einfach hartnäckig Für mich Puff of Exo ist immer sehr entspannt Okay, manchmal ein bisschen nervig Wenn man irgendwas umstellen muss Oder so Aber Puff of Exo ist einfach ein chilliges Game Vom Spielstil her Also wie man das spielt Und so Und wenn man sich auskennt Ist ein paar Puff of Exo auch nicht mehr so schlimm Beim Checken Also eben Es gibt so ein paar mit und so Wo man halt Ja Was braucht man jetzt Im Skidtree Oder Welche Items braucht man jetzt Aber irgendwann hat man ein Gefühl Und Ja So Aber eben Ich kann helfen Wenn ihr Fragen habt Und Ja Irgendwie kommt man schon durch Wenn man nicht weiterkommt Magic Feintrans machen Und Jo Ich habe zwar fast keine Unix gefunden Aber Eins habe ich noch gefunden Glaube ich Weiss jetzt gerade nicht Was es war Und den habe ich auch getötet Gut Den blöden Blöden Totenerweck Oh Schaut wie die eingefroren sind Schaut das an Wenn sie überleben Dann sind sie eingefroren Und ich kann die Chance noch weiter steigen Ich könnte Crit noch ein bisschen Skillen Aber Man sagt Entweder nimmt man Crit Oder lässt es ganz sein Entweder 100% Oder Ja 1% 0% Und die Chance ist ja sowieso bei Albums Killung Für bei 7% Deshalb nimmt man Entweder 7% Oder 100% Aber nicht dazwischen So ein Hop of Change Sehr schön Schaut wie EBS Shotgun Das ist einfach nur genial Bei Legion of Legends würde man jetzt sagen OP Shotgunner Yay Aber Puff of XR ist besser Ahaha Na für jeden Anders Einer mag Legion of Legends Lieber Einer Puff of XR Oder andere Gleich Gültige Spiele So Aber irgendwann Wenn ich dann Festplatte So habe Wird ich ja mal wieder Legion of Legends Let's Play Und dann vielleicht auch mit euch So Gut Gut Wo haben wir den Eingang Es ist eine Pyramide Eigentlich sollte der Eingang schon lange zu sehen sein Ah da drüben Ich sehe ihn ja auch schon So Jetzt kommt der Boss Den wir letztes Mal ja wegen dem Vollen Festplatten Speicher nicht gesehen hat Frebs Aufnahme ist an Dann geht's los Ich habe wenig Widers drauf Also sollte noch lange an sein Weil Frebs einfach nicht Keine Verhöhre mehr da machen kann Oder so Soll blinken Oder so Irgendwas Da oben rechts Boah ist der zäh Komm mal hoch Ich muss dich pieksen Hallo Okay wenn du nichts machst Ich finde den Bosskampf so schlecht gemacht Ist einfach nur nervig Schaut Die ganze Zeit beschwört er irgendwelche Kreaturen Oder schießt mit Eis Schüssen Äh Laser Ja da ist der Eis Ja ich weiss Dass du es gut kannst Danke Ah jetzt kommt er schon wieder Der Laser kann extrem stark sein Komm Anna So Die anderen sind auch da Da der hat überlebt Sehr guter Drop Wirklich Darum lieb ich dich auch so Du droppst nichts Du hast einen riesigen Weg Bis zu dir Und dann droppst du nie Und dann bist du noch so zäh Also bitte Schlechtester Bosskampf ever Nein nicht ganz aber Du hast es immer richtig nervig Södel Nochmals ein Powerpuff Change Ah jetzt dachte ich schon Ich hätte ihn in One-Hit Zerstört Der hat ja Mehr Leben Hoho Habt ihr das gesehen Dafür liebe ich den Eisshot Der hat ein Split Damage Das ist Wahnsinn Da ist S Ähm Split Arrow Überhaupt nicht gut Doch geht Ja toll Nur schlechte Ops Hm Da muss ich runter So Und hier rein Schön 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 Leider kann ich hier nicht trinken Ich bin ein Vollsaufer Gut Akt 3 Willkommen So Ich möchte Einen Host mitnehmen Und Ich möchte ein Change Orb für Gold Amulet nehmen Ja Zwar MF aber richtig wenig Ähm Handler ist hier So Dann Nimm das raus Das 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 Und uns Bleibt nur noch den Äh Alchemie Schad So Ähm Hast du irgendwas Ein Bastards Schwert Nö Nichts Anständiges Gut Dann gehen wir Weiter Und es bleibt noch ein bisschen Zeit Für diesen Part Gut Mache ich hier noch die Hälfte Ja so ist es viel easier als mit dem Explosion Shot Marauder Den mache ich dann später wieder weiter Aber Oh nein es ist auch so ein Maximum Ding ich weiss jetzt nicht genau welchen Schuss Aber Ich glaube ähm Tornado Shot war es Wo wir ähm Ja Wo wir hin Ähm Wie weit wir den Zeiger haben Desto Also je weiter Desto weiter geht der Schuss Und das ist hier nicht Das ist gut so Das ist eigentlich bei allen Schüssen so Also Den ähm Tornado Shot Und ähm Bringt auch mehr Also immer zu zielen Wo soll der Schuss jetzt hingehen Wo soll er explodieren So dele Also Mana Sehr schön Gut So hier ist schon Die Leiche Die ähm Baldige Leiche Der große Captain Okay Oh muss ich so zähse Gut Den brauchen wir nicht So Wach mal auf Kleines Kitty Ja der Schaden Ist nicht so gut Ähm Den ich bekomme Durch Frostbite Scheinbar sehr viel Ähm Cold Resistance Bei dieser Kreatur So Also jetzt müssen wir Zum Krematorium Ich frag mich Für was die so ein Großes Krematorium Brauchen Und sie alle Eingremassieren Alle in den Ofen Stecken Ja ein paar Verwechser Gibt schon Leute mit einem Dachschaden So Aber okay Ähm Ja ich schau mal wie lange das Video ist Und ähm Ja Sonst Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Bad Tschüss So Zwölf Minuten Kann ich noch aufnehmen Wenn man vergisst die Uhr einzustellen Dann hat man manchmal auch ein paar Fails Bei der Zeitplanung Na ist gut Da können wir noch schön locker Das Krematorium machen Okay locker nicht aber Je nachdem Machen wir das einfach Und da wir Eisschaden machen Machen wir auch mehr Schaden Bei den Feuergegner Ich denke die haben wenig Eisresistenz Ich weiss gar nicht wie das ein paar Verwechser so geplant ist Ob Feuergegner mehr Wenige Eisresistenz haben Keine Ahnung Hier oben So ein paar Gegnerchen Gut So Ja den lasse ich Gut Ich gehe mal runter hier Ich gehe eigentlich immer dort Entlang wo es nicht so aussieht Als wir es weitergehen Weil wenn ich dann Nicht weiterkomme Dann habe ich immerhin MF Ron gemacht Da bist du Ah Komm weg Ja scheint wirklich Nicht weiter zu gehen Hopp of Alchemie Sehr gut Geht mal weg Maze Maze brauche ich ja nicht Es gibt genau ein Bild Den ich jemals wollte Mit einem Maze Das war die Das war die Lightning Ja diese mit dem Ich glaube es ist Lightning Strike Nein es Lightning Strike Ist ja Static Strike Ja Da gibt es ein Unique Wo sehr viel Elementar Damage Und sonst Und sonst Gibt es besser Und seht ihr mal die Deathsync an Momentan ist es echt wieder schlimm Der größte Gegner in Puffofexer Ist der Deathsync Lieber Dückler Ist der Deathsync geplant Wollt ihr wirklich den stärksten Gegner Den Deathsync überlassen Also liebe Leute Dessync ist böse Deshalb muss man Dessync Unterbieten Weiter Dem Spiel leid zu tun Und dafür knall ich jetzt ein paar Sinte Elementale runter Nur wegen dem So Hier geht es scheinbar doch weiter Und der Headbeat Der Headbeat Guck Oh nicht getroffen So Blöder Fluch So Dele Nur Schrott hier Ach wieso gibst du nicht Der du sonst ständig ist Hä Mähmäh Bitte Mähmäh Probier es mal Mit Gemütlichkeit Ach Gott Die hat immer Aggression Was hast du hier eigentlich Das ist ja dieses Purity of Lightning Oh Heißt du schon die Schnauze Schade Ich hätte dich ein bisschen mehr Aber also Ich hätte mehr Bock gehabt Dich ein bisschen zuzuhören Du bist so amüsant So niedlich Nun gut Das war's mit diesem Part Let's Play Und der nächste kommt sogleich Ich möchte Ich möchte Harald of Thunder Ist das genau Purity ist ja das Defensive Alles andere brauche ich eigentlich nicht Blink Arrow Habe ich glaube ich Das habe ich eigentlich nicht Das habe ich noch nicht zuzuhören So Ich möchte Ich möchte Kurz zurück Infizieren Den hier hin tun Den Gem schonmal skillen So Und den Harald of Thunder Kann ich mal hier rein tun So LOL Daten Brennenden Schädel So Das kann ich einfach nicht Ähm Ich selber Persönlich kann solche Sachen Nicht so Ausrüsten Also Ich mag optisches Zeug nicht Ich will so aussehen Wie die items mir geben Und Wenn sie wirklich hässlich sind Dann werde ich etwas nehmen Aber nicht so Brennende Schädel Das ist nichts für mich Ähm Gut 810 Ja Stärker Und Ab Level 36 Sind die MF Handschuhe So Ich möchte aber kurz noch Ähm Gold Amulette von dir kaufen Keine Da ist eins Na Ich kaufe Goldringe Ich gehe kurz nackt Zwei noch So Das machen wir noch kurz Ähm Du warst es Kein Goldring Nun gut Schade Wenn wir Gold Amulette nennen Da ich mir nützlich bin Möchte ich da nicht Die Obst verschwenden So Also Dankeschön fürs Schauen Dieses Videos Und Tschüss Leute da Und Tschüssi